Herzlich willkommen auch zu diesem zweiten Videoteil. Mein Name ist Verena Tatzer. Ich bin Ergotherapeutin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fachhochschule Wiener Neustadt im Bachelorstudiengang Ergotherapie. In diesem Video geht es darum, zu unterstützen, wie Profis auch Fertigkeiten, also vorhandene Fertigkeiten von Menschen mit Demenz auch unterstützen können. Und dabei gibt es ein Instrument, das eben auch nicht ErgotherapeutInnen dabei hilft, die Fertigkeiten auch gut zu erkennen und die vorhandenen Ressourcen zu nutzen. Im ersten Teil wird es darum gehen, dieses Instrument vorzustellen, das Pool Activity Level Instrument, wie es heißt. Und dann gibt es noch ein paar Beispiele für Umweltanpassungen. Menschen mit Demenz haben das Problem, dass ihre Fertigkeiten durch die kognitive Einschränkung verändert werden. Oft ist es so, dass die Anforderungen, die an sie gestellt werden und die Aktivitäten, mit denen sie konfrontiert sind, die Anforderungen der Aktivitäten einfach zu hoch sind. Die sind zu schwierig und nicht mehr mit den Fertigkeiten, den Ressourcen der Person zusammenpassen. In der Ergotherapie sprechen wir davon, dass wir die gerade richtige Herausforderung für diese Personen auch wollen. Auch Menschen mit Demenz und kognitiven Einschränkungen wollen weiter sinnvoll tätig sein und sich auch gut fühlen dabei. Ein Instrument, das die britische Ergotherapeutin Jackie Poole entwickelt hat, ist extra dafür gemacht, dieses Ergotherapie Wissen auch von Laien und für Laien oder sozusagen nicht Ergotherapeutinnen auch nutzbar zu machen. Dafür ist eben kein Ergotherapie Background nötig. Es ist eine sehr vereinfachte Variante. Es gibt einen lebensgeschichtlichen Teil und eben eine Checkliste, die dabei unterstützt, die Fertigkeiten zu erkennen. Und diese möchte ich jetzt kurz vorstellen. Bei diesem Instrument gibt es vier Level, vier Aktivitätslevel, die jeweils eine unterschiedliche Unterstützungsleistungen von Seiten der Betreuenden erfordern. Der erste Level ist der sogenannte geplante Aktivitätslevel, der zweite der explorierende, der dritte der sogenannte sensorische und der vierte der Reflexlevel. Diese Checkliste kann man sich gratis aus dem Internet herunterladen. Die Links sind im Modul auch abgebildet. Es sind neun Bereiche, bei denen empfohlen wird, die interdisziplinär durchzugehen und abzuhaken. Hier sieht man eben das Beispiel Essen. Hier kann man eben sehen, dass man das jeweilige Item sich im interdisziplinären Team durchliest und das jeweilige Zutreffende ankreuzt. So ist zum Beispiel, wenn die Person selbstständig isst und auch das richtige Besteck verwendet, ist es der geplante Level. Wenn die Person mit einem Löffel isst oder das Essen in kleine Stücke geschnitten werden muss, ist es auf einem explorativen Level. Benutzt die Person die Finger um zu essen, ist es ein sensorischer Level und ist die Person darauf angewiesen, dass andere ihm das Essen zugeben oder ihr, dann ist es der Reflexlevel. Auf diesem ersten Level, auf dem geplanten Level, können die Personen auch noch die Ergebnisse, also die Aktivitäten auch noch zu einem guten Ergebnis bringen. Das heißt, sie können auch zu einem greifbaren Endergebnis führen, wie eben das Essen ist aufgegessen, das Gewand ist angezogen. Was aber nicht geht, ist, dass die Person Probleme lösen kann, die während der Durchführung der Aktivität auftreten. Wenn also die Objekte in den offensichtlichen Plätzen zur Verfügung stehen, kann die Person diese auch verwenden. Sie kann aber nicht an ungewohnten Plätzen suchen. Hilfestellung ist hier eine einfache Sprache zu verwenden, keine Verbindungswörter wie und oder aber und betreuende Personen müssen hier für Problemlösung bereitstehen. Auf dem zweiten Level geht es darum, dass Personen bekannte und sehr gewohnte Aktivitäten in der gewohnten Umgebung durchführen können. Hier sind die Leute aber mehr mit dem Effekt der Ausführung beschäftigt und nicht so sehr mit dem Endergebnis. Wichtig ist, dass wenn die Person gefordert ist, Aktivitäten, die mehr als zwei bis drei Schritte haben, durchzuführen, kann sie das nicht mehr ohne Hilfe. Das heißt, die müssen schon in kleine Aktivitäts-Junks, in so kleine Aktivitätsteilchen zusammengefasst werden. Die Anweisungen müssen hier auch recht einfach sein. Erinnerungshilfen können aber durchaus angebracht sein und unterstützen. Auf dem dritten Level geht es darum, dass Personen Aktivitäten durchführen können, die nur noch aus einem einzigen Schritt bestehen. Ein einziger Schritt ist zum Beispiel Gehen oder mit der Gabel zum Mund führen. Das ist ein Aktivitätsschritt. Alles, was über einen Schritt hinausgeht, ist für diese Personen schon sehr schwierig. Hier muss man sicher gehen, dass die Personen genug Einschrittaktivitäten zur Verfügung haben und eben, dass die Objekte auch schon so herrichten, dass die Gabel zum Beispiel schon beim Essen hergerichtet ist. Auf dem Reflexlevel nimmt die Person die Umgebung nur noch sehr eingeschränkt wahr und eben möglicherweise nicht bewusst. Hier geht es mehr darum, die Person mit Sinneswahrnehmungen auch zu bereichern. Sie ist auf sehr viel Unterstützung angewiesen und das Ziel ist es, nur noch eine Sinneswahrnehmung auch an diese Person heranzutragen. Aber auch diese Personen mögen sozusagen auch noch gerne stimuliert werden. Hier sind noch ein paar Beispiele für Umfeldgestaltungen. Beim Beispiel Zähneputzen. Auf der linken Seite eben das Zähneputzen viel schwieriger, weil viel zu viele Gegenstände hergerichtet sind. Auf der rechten Seite sieht man, es ist nur noch die Zahnbürste und die Zahnpasta da nach dem Essen zum Beispiel ist das einfacher durchzuführen. Auch den Weg zum Essenssaal sollte man auch gut kennzeichnen mit kontrastreichen Schildern. Ein kleiner Exkurs für nach dem Essen. Auch die demenzfreundlichen Toiletten helfen Menschen mit Demenz sehr, wenn die Hilfsmittel wie Griffe etc. auch wirklich in kontrastreichen Farben abgebildet sind und die WC-Schüssel zum Beispiel gut sichtbar und abgrenzbar vom Boden, aber auch von der Wandfarbe sich abgrenzt. Zusammenfassend kann man sagen, dieses Instrument hilft auch Menschen, die die Herausforderung haben, Menschen mit Demenz zu unterstützen und wir wünschen auch viel Vergnügen und Spaß beim Ausprobieren mit diesem Instrument. Dankeschön.